Nein! Ja? Nein! Ja? Welche Nummer hast du denn? 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 Die Nummer kurz? Ja, genau. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, was wir hier noch an Tele-Nurla-Geschäften loswerden. Immer gut dran weg. Bei den Eltern. Ich hoffe, die haben die Mund wirklich schlecht. Ja? Genau. So! Was denk ich? Ich weiß noch nicht. Ich muss auch noch mal gucken. Meine Co-Oderatoren sind hier direkt. Ja, okay. Ja, hast du denn noch ein Zettel? Nun guck, dass als nächstes kommt. Die Chimis-Post kommt. Irgendwas mit Hexen hören. Siehst du das? Okay. Dann würde ich mal sagen, wenn die jetzt gleich fertig sind, machen wir doch mal Bühne frei für die Hexen. Dann muss man zu uns runterkommen. Komm, wir schauen mal rum. Komm! 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 Amigo! Aber ich bin so groß. Ich lege euch doch die Gesicht. Ich geh weiter nach hinten. Komm. Komm. Ja! 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 � Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017